Raffinerie zerstört! Raffinerie zerstört! Warnung! GDI-Fakern zu attacken! Die langen Luftwaffe zu attacken! Aufverkehr! Die GDI-Fakern zu attacken! Langsam zu attacken! GDI-Fakern zu attacken! Lange Luftwaffe zu attacken! Warnung! GDI-Fakern zu attacken! Warnung! gut für uns. Das sieht schon so nicht gut aus, aber ich höre doch eigentlich. Und boom! Treffer! Also wie gesagt, die Rakete macht echt viel Schaden, muss ich sagen. Die ist echt gut. Ein bisschen langsam beim Nachladen, aber ganz gut. Vielleicht wäre sie sonst auch ein bisschen übertrieben, aber man hat damit zumindest eine Chance gegen die Einheiten, Flugzeuge und Fahrzeuge. Auswendig mal davon wegfahren. Wenn du erstmal in dem Block drinne bist, habe ich den. Das ist eine ziemlich starke gute Rakete. Ich bin der Flummi! Oh Gott, ich höre schon auf. Nervt mich selber. Ah, ist das ein blöder Berg. Tja, der macht Schaden, was? Die Rakete macht richtig Schaden? Ja, die wird dir richtig aufs Maul hauen. Ich benutze die Wörter. Wäre sein, da ist doch einer. Ich kann ihn leider nicht markieren. Ah. Das hat ja nicht so gut geklappt. Vielleicht soll ich das nächste Mal ohne Markierung starten. Ich glaube, die stört das gerade, dass wir uns hier ein bisschen verkämt haben, was erwarten können, dass wir uns wegmachen. Nein? Nein. Den hätte ich nicht mal gekriegt. Dann wäre wieder einmal am Berg abgefallen. Jetzt versuchen wir uns hier wegzumachen. Ich muss mich erst mal heilen. Ja, ich hab ein bisschen Geld trotzdem. Ja, ich hab ein bisschen Geld. Ja, ich hab ein bisschen Geld. Ja, gut. Haben sie nicht geschafft, den Angriff. Nice. Aber ein netter Versuch gewesen. War wirklich gut. Es waren daneben gegangen, aber man muss es ja probieren. Vor allem sind die ja sowieso im Vorteil. Da kann man sich das mal anordnen. Oh, und da kommt die nächste Fuhr. Da machen sie, glaube ich, Leder ein Rush. Rush bedeutet, die haben ganz viele Fahrzeuge, die sie nicht kaufen. Meist an... Oh nein, weggesnipert worden. Ah, wie blöde. Warming. GDI buttons factory under attack. Nod harvester under attack. Alter, ich hasse diesen dreckigen Sniper. GDI weggesnipert worden. Man hat schon wieder weggesnipert worden. Das ist doch nicht zu glauben. Orca ready. MRLS ready. Na, die Rakete macht echt viel Schaden. So eine Panzerbreche, ne, anscheinend. Die Rakete macht echt viel Schaden. Ich hoffe, ich habe einen Plan. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht schon. Das ist doch nicht. Ach so, ich glaube, ich glaube, ich habe einen Plan. Ich hoffe, ich versuche, ein Plan. Wasnt das nicht? Wasnt das? Das ist doch nicht. Was? Ich hab immer in die Luft geschossen mit den Raketen, damit die anderen hoffentlich sehen, wo die Raketen gestartet werden und dann dahin laufen. Das war so meine Idee. Mein kleiner Beitrag. Und jetzt werden wir dann bestimmt wieder probieren. Wir merken, dass das gar nicht mehr so schlecht läuft. Ich weiß, es ist schon der dritte Anlauf war. GTI Weapons Faction Repair. Orca ready. Ich will mal noch die ganze Zeit in den kleinen von den Arpetschies fest. Ciao. So, ein bisschen vertrieben mit unseren Raketen. Guck mal, ein bisschen was kaputt gemacht hat hier noch. Ach, dieser Dreck-Sniper. Doch, Schrott, ja. Genau, das bist du. So, muss ich jetzt mal hier sagen. Nervt doch. Lass mich in Ruhe. Na gut, das müssen sie machen. Das ist ja deren Taktik, die sie gewinnen müssen. Und das in den nächsten siebeneinhalb Minuten. Ansonsten wird das Spiel unentschieden gewertet. Warnung. GDI Weapons Factory unter Attack. Das macht auch keinen Sinn mit einem Flamer. Oh, das macht Sinn. Ja. Ja. Mittelmäßig guter Angriff gewesen. Oh, das war doch ein guter Angriff. Ja, dann mache ich das mal ein bisschen schneller. Was war das denn? Ach, die Map ist zu Ende. Ah. Na gut. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, macht mal einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten kennt ihr ja. Sehen wir uns in einem anderen Let's Play. Oder natürlich in einem weiteren Erfolge hier vom Renegade X. Wieder denkt dran, es gibt auch alle weiteren Informationen auf renegade-x-forum.eu. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.